heute leute heute ist unsere ganze base aus emma wills blöcken das kann ein spaß werden heute wollen wir mal wieder mich aufschwählen und heute ja leute wir fangen jetzt an warte leute was ich euch noch kurz sagen wollte wenn ihr den kanal nicht abonniert habt könnt ihr gerne abonnieren und die glöckern zu machen ihr natürlich kein video mehr verpasst und es geht los mit dem video viel spaß die leute wie ihr schon seht unsere ganze base aus emma wills blöcken aber ihr fragt euch wieder das gleiche aber diesmal nicht im bedrock sondern emma wills und hier ist keine koppelmaschine warum ja ich hatte einen kleinen server wegen ich habe die map wieder nicht selber gemacht sondern hochgeladen also ich hatte ein kleines server problem dass die map wollte nicht starten also musste ich ohne leider koppel koppelmaschine machen sorry leute aber ja war halt so könnte es auch nicht ändern das könnte ich nicht mit dem freien da könnte ich auch kein video machen deswegen ja leider ohne koppelmaschine aber leute letztes mal ist das video so gut bei euch angekommen und natürlich machen wir wieder darauf so ein leute diesmal heute aus emma wills habe ich mir überlegt dann einfach mal geguckt so und sogar gibt es aus emma wills gibt es sogar noch mehr aus diamant gibt es noch also gibt es schon viele maps und leute natürlich wieder mit lucky blocks und heute haben wir die neue diamant lucky blocks also die diamant lucky blocks habe ich gehört die sind richtig op also soll man richtig op sachen kriegen wir sind gespannt leute und schon sagen ja wir fangen wenn es direkt an um die leute um ja die sind drei händler diesmal nicht zwei sondern drei ja die ich machen wieder keine oh wenn ich ein buch rauskriegen leute wissen wir was zu tun ist ja ich hatte mich hier in mobiles günstig abbauen aber machen wir jetzt erstmal nicht nur weil man keine op sachen rauskriegen wegen daten ok leute ich würde sagen wegen die nehmen uns für schluss auf ich mache jetzt erstmal die hier auf da habe ich schon was rauskriegen okay wieder schilder okay zwei stein und eine diamantschaufel naja brauch ich nicht okay drei stein okay also was weiter mit dem goldblock dann das ist es das ist das nicht gerade überlegen die da das sind schilder und das ist auch weg das ist das oh und noch das lauf zu liegen äh lauf zu lassen Redstone okay das ist ein lauf zu lassen block also lucky block die sollen auch nicht so ok sein das gehört ok zwei holz ja pass ok sonst habe ich noch nichts rausbekommen also ok was ist das hier keine ahnung fangen wir mit den nächsten an bau 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 hä alter was kriegen wir für den scheiß der Grund als aussetzen alles klar ein kanzler aufsitzende jeweils kippen aus kohler das ist in der Sache okay Leute ich habe alle Lacken Dots außer die zwei OP'en dann mal gucken was da jetzt rauskommt was so geht wenn er da mal gucken was da rauskommt na ach aha also wieder nur schilder Woh! Okay. Schuss 1. Okay. Du musst doch schon mal kohlen dieneinander. Mal gucken mal. Daraus. Guck was hier rauskommt. Okay. Ich glaube die Schuhe. Ja, die Schuhe haben mich noch hier von der Rüstung rausgekriegt. Okay, aber schmeiß ich mir hier den Müll weg. Nee, echt jetzt hier nicht. Okay. Wir haben Bogen bekommen. Zwei Pfeile. Das ist schon mal gut. Ein Bogen. Okay, Stecker 1. Die, glaube ich, gestern schon hatten. Video. Oh, ne, die wollte ich eigentlich nicht anziehen. Okay. Gut, gut. Okay, Leute. Wir haben nichts anderes rausgekommen außer das. Ja, weil die Lackenblocks alle scheiße waren. Deswegen, ja. Bauen wir jetzt mal hier das ein bisschen ab. Doch, paar Amorails. Man darf mal ja abwohnen. Sind nicht verboten, oder? Das stinkt man nicht, Leute. Das stinkt man nicht in das verboten ist. Nee, aber warum soll es verboten sein? So, na, na, na. Okay, 36 Amorails haben hier. Das hat ja alles mal nach oben. To win. Nein. Das wollte ich nicht anziehen. Wenn wir die 36 Amorails haben. Ich habe kein Buch rausbekommen. Mensch. Okay, die 36 Amorails hat uns gar nichts gebracht, Leute. Okay, warte mal. Ich habe mal gehört, wenn man das kauft, hat er was anderes. Sonst jetzt Lederstuhl. Irgendwas Gutes. Ja. Okay. Also, 36 Amorails hat uns nichts gebracht. Alles weg. Alles weg, Leute. Hat uns nichts gebracht. Ja, Leute. Und ich würde sagen, wir battlen uns jetzt. Und dann kämpfen wir wieder gegen Monster. Bis gleich. Fünf Minuten später. Okay, Leute. Hier sind wir wieder. Einmal zum Rüsten-Hodal. Gerade nochmal drüber fliegen. So. Wir haben ein cooles Schwert. Ich hab mir mal gerade ein bisschen mehr Pfeile geholt. Wenn ich dabei jetzt ein bisschen Schlam. Wow. Und wie ihr seht, wir haben schon gute Gegner. Und die Gegner sind, glaube ich, noch da hinten. Jetzt mich nicht täuschen. Okay. Gut. Ah, scheiße. So gut treffe ich die gar nicht. Komm. 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 Ja. Wo. Ich hab den einfach one-hit gekillt. Alter, Leute. Ich hab den einfach one-hit gekillt. Alter. Meine Wurstung hat es so ausgehalten. Okay. Jetzt kommt das mit den Bogen. Nein. Nein. Dann Libra. Oh. Scheiße. Ich triff den so nicht. Oh. Was ist das hier? Oh. Ach du. Heilige. Kacke. Ja. Alter. Ach du. Heilige. Scheiße. Oh. Heilige. Okay. Ähm. Wo ist der Gas jetzt? Was der Gas? Oh. Okay. Ich hab mich für viele Pfeile. Spam kann ich nicht mehr. Oh man. Das Schwert hier hat kein. Nein. Ich muss aber treffen können. Und. B. 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 Oh. Ne. Ist ein letztes Fall. Ich schätze, ich treffe, habe ich fest. Scheiße. Der Po ist auf den Kopf. Nein. Komm, du sollst es treffen. Oh nein. Nein. Find ich den noch nicht mehr. Nein, ich finde den Fall nicht mehr. Ach du Scheiße. Ich finde einfach den Fall nicht mehr. Ich finde einfach den Fall nicht mehr. Hab ich blocke? Ja, ich hab blocke. Ich finde den Schubbogen. Komm. Komm her. 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 Du Scheiße. Nein, schon neun Minuten, Leute. Ich krieg den Scheiß Gassi nicht geküllt. Komm. Komm. Lass ihn mal landen. Lass ihn mal landen. Leute, lass ihn mal landen. Lass ihn mal landen. Lass ihn mal landen. Lass ihn mal landen lassen. Erstmal. Jetzt ruhig. Bum, bum. Und jetzt. Okay. Erstmal ganz ruhig. Bleiben. Ist ja landen. Leute. Ihr könnt auch von mir was lernen. So. Erstmal ganz ruhig bleiben. Und. Okay. Er haut wieder ab, Leute. Er haut wieder ab. Okay. Er haut wieder. Er haut wieder ab. Lass ihn mal landen. Lass ihn mal landen. Lass ihn mal landen. Boah, loyal. Das ist ja unversiegbar, ja. Lass ihn mal landen. Ein Bogen mehr. Alter. Okay. Leute, ich glaube, ich krieg den nicht. Ein Gas ist auch sehr schwer zu töten, wenn man echt nicht fliegen kann. Oder vielleicht ging mir den noch. Das wird heute wieder ein langes Video, Mensch. Aber ein Gas ist eigentlich sehr schwer zu töten. Also. Ich habe nämlich keine Chance. Also ja. Aber ich glaube nicht, Leute. Das war es eigentlich. Jetzt landet. Jetzt landet. Ja, komm. Das ist unsere Chance. Ja. Komm, 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 komm. Komm, komm, Leute, das ist unsere Chance. Komm, komm, Leute, das ist unsere Chance. Komm, komm, Leute, der will uns ärgern. Seht ihr das? Wenn wir jetzt nicht kriegen, geben wir auf, Leute. Ganz weg. Nee, okay, Leute. Wir geben auf. Also. Der ist unbesiegbar. Nee, den kriegt man nicht. Also, wir geben auf, Leute. GG. Okay, Leute. Das war's mit meinem Video. Könnt ihr gerne einen Daumen nach oben, Daumen nach oben. Natürlich, wie euch das gefallen hat, Leute. Also, Leute, vergesst natürlich nicht zu abonnieren und mit den 20 Abonnenten, ich blende die jetzt nochmal ein, Leute. Da steht 20 Abonnenten. Ja, Leute, ja, habe ich ja gesagt und ich habe mich schon da was überlegt, aber natürlich sage ich es noch nicht. Wenn 20, wenn mich alles abonniert hat, geht dann auch nicht eine Überraschung. Ich weiß nicht, ich habe schon eine Idee, welche Überraschung, aber das sage ich natürlich noch nicht, Leute. Ihr müsst mich erst abonnieren. Also, Leute, drückt schnell auf die Abonnier-Klocke und die 20 Abonnenten könnt ihr, wenn mich alles abonniert hat, geht dann eine riesen Überraschung. Also, ja, und ihr könnt auch noch einen Kommentar schreiben, wie euch das Video gefallen hat, mir sehr. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Marcel.